Grüß dich, Franz. Grüß dich. Ich sehe nichts. Dattie, hast du Angst vor dem Tod? Nein. Ich schon. Das mit dem Stern ist nicht gut. Ein Herzblaschen an mir. Ein Herzblaschen an mir. Alles eine Familie mit deinen Reisen. Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt? Oder nichts? Es tut ein Biss. Es ist recht hart, wir haben es klein. Steh gestanden! Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen und mit den Verbindungen zu halten. Da geht es ja ins Meer. Gerade haben wir Dienstrei, zu einem der Normandie. Ich habe noch das Tor repariert. Ich hoffe, dass du nichts kriegst. Das verspreche ich dir. Ich habe mit dir beiwägens so ein kleines Vieh so ein Fuchs gefunden. Wo ist er? In einem Aussetan. Der Reiner, ich kann nicht mit dir leben. Fung du mir, kämpf! Untertitelung. BR 2018